Die Mahmoud-Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde in Kassel. Rund 80 Gläubige gedenken heute Mittag beim Freitagsgebet der Toten von Paris und beten für deren Angehörige. Der Imam will ein deutliches Zeichen setzen. Es gibt viele, die versuchen, mit Gewalt die islamischen Lehren umzusetzen. Das ist natürlich nicht gemäß den islamischen Lehren. Der Islam lehrt uns Frieden, dass wir versuchen sollten, friedlich mit jedem umzugehen, unabhängig von der Religion.